Ich verstehe, dass Sie als Mutter alles für Ihre Tochter tun wollen, aber ich kann leider auch nicht... Ich denke, Sie können etwas tun. Oh, ich... Nein, nein. Nein, es gibt keinen Vater. Jedenfalls kein, der kommen würde. Naja, so wie wir die Sache durchgestanden haben, wäre wahrscheinlich auch nur im Weg gewesen, oder? Oh Mann, da völlig zusammen, das geht doch nicht! Frau, wir haben ja einen gefährlichen Straftäter genommen und ich möchte, dass Sie sofort in Ihr Auto schreiten. Sofort in Ihr Auto rein! Gehebold! Egal, Zeichen Es gibt schon noch eine Wir machen auch eine